Ich kann dir für nix garantieren, dass gleich nicht das Feld hier in die Luft geht. Verbrecher hat sich das so an. Du hast echt nen Schatten. Hab ich nicht. Ich hoffe zu lügen. Mach mich nicht. Mein Baum ist fertig. Schon gut. Schau. Ich kann den Weg rein. Schau. 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 Dann bist du schön. Dann bist du schön. Kinder bist da. Ich bin mal gefährdet, ein Möchler-Möchler. Nein. Ja, wie rot ist, guck mich, boah Warum pumpt der denn hier unten nicht weiter? Ach ja, so ist das, ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen irritiert Egal, mein irritiert, scheiß drauf Leifst du? Achso Leifst du rund drauf? Jo Presse bleibt auch hier Egal Was macht der hier aus? Guck Das krieg ich auch Na, ich brauch eher das Zeug, das Das und das Und das, das, das Und das, das, das Ah, ich hab grad wegen Sojamilch und so ein bisschen Scheiß Sojabohn 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 mach die kiste macht das doch leer alles voll das ist ein troll hier kommt er nicht hinterher egal nicht mein problem noch kein problem zeit kriegt genug trofow wieder was kann man packt kosten das monster ist mir bei warum habe ich jetzt monstern hierbei wo bestimmt oben im haus ich nicht das dachte ich mir muss ich mir was auf mich fixiert da was das für eine zombie an mir kommt mehr meine freunde und gleich vier von euch zombies ich kann nicht schlafen die sind aber auch für instant auf mich losgegangen guckst du draußen nur so kurz alles klar die kommen schon danach hätte ich auch besch... ich mein Curry weg kleiner scheißer geil level 20 jetzt müssen wir mal das cinnamon kommen und an die kokosnüsse und die man wieder ein blöcke klauen da steht eine kuh auf dem feld ja ja eine kuh auf dem feld ich muss was trinken die kuh guckt oder was hm hast du in den spiegel gescheckt hast du dich selber gesehen ne 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 die sind Lakritz-Bomons nennen die machen voll süchtig ne und voll süchtig lakritz-Bomons nennen doch jetzt hier die Marke nicht bist du bescheuert ich glaube die ist ein Saltos ich wollte gerade sagen ich glaube ich weiß welche wir machen die dinger machen auch richtig Saltos mentor aus hängt der jetzt hier an mmmm nnam 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 ich hatte wenn das noch mal genetisch also so aufgeladen ist das plastik bleibt überkleben meine sind gewaschen ich glaube wir brauchen eine große kokosnussplantage da war ich da war ich glaube oben auf dem berg ist da habe ich glaube ich hingesetzt das ding habe ich schon lange gefehlt ne der steht noch da bist du wein hello ich war das nicht wirklich nicht ne der steht dann noch da bei so um essen da musst du echt so genau um zehn bäume von sowas auf jeden fall in einer reihe haben überhaupt genug was da für reich der platz niemals was brauche ich denn dafür noch fürs curry ok das habe ich chili pepper muskat muskat ist glaube ich das ja gar gar was fangen wir eigentlich alles an nein nein gar 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 ja da chili pepper brauche ich nicht ja 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 ich mit soja bohnen zucker und wasser kannst du normale milch machen soja milch ist gut jetzt bräuchten das jetzt wieder die nutzen nutzen und um wenn wir mehr jute was haben wir nie mehr was angepflanzt im wasser aber glaube ich nichts mehr angepflanzt eigentlich nicht deswegen ist man das mal wieder tun muss glaube ich ein unter wasser sein das war irgendwelche tics damit der fertig wird zeige ich ob wir irgendwo noch so leder haben bestimmt unten im keller final hallo hallo kaka 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 ich weiß du bist super hungrig ist mir aber egal drei junger colner reicht der hunger hatte muss auch kommen kein leder kokosnüsse dazwischen könnte auch noch was sein super viele kisten super verwirrend ja nix da ist muss jetzt mal was anderes sehen dass sie dann jeder gleich komme und ich kann auch hier schlachten wird ja auch gehen und doch mal gleich mal auf toilettchen aber noch nicht zu weit oben was ist das überlebe ich aber bestimmt wir können auch in neun minuten so circa schluss machen haben wir wieder eine stunde wer ist ja wieder viel zu viel denkt ja nur über mit ein bisschen so da muss überlegen so eine stunde sind nur vier parts manchmal voll nicht lustig manchmal sind wir parten wir sind so wie ein paar schiff mord mord ok okay vor allem alles durchgucken bevor ich schlachte ich glaube ich brenn gerade ein bisschen burn 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 centus on fire ketchup shop